Pegasus Pegasus verlässt den Hafen. Nein, es ist gar nicht Pegasus. Es ist die Bewegung der anderen Schiffe, die das so erscheinen lässt. Oder es ist doch Pegasus. Jetzt wendet das Schiff gerade. Und jetzt wird es gleich hupen. Es gibt zwei Pegasus, die Mantaleia. Und wie die andere heißt, weiß ich nicht. Manchmal fährt die eine der Gesellschaft Pegasus mal die andere. So, jetzt dürfte sie dann hupen. Oder wie sagt man bei Schiffen Pfeifen? Dampfpfeifen. Kann ja wohl nicht sein, dass ihr heute nicht hupt. Kann schon sein. Dampfpfeifen. 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 Nemlig. Tch. WIEN arkaben. Dampfpfeifen. Bambwriting. Untertitelung des ZDF, 2020 Hupt nicht! Erstaunlich! Auf jeden Fall ist es jetzt 9 Uhr, wenn sie abdampft. Untertitelung des ZDF, 2020